Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich bin froh, dass er da ist. Du bist jung und schön. Das Leben liegt vor dir. Versäume diese Chance nicht. Ein Franzose unter uns heute. Sie sollten sich schämen, Anna. Der Krieg ist vorbei. Was haben wir so viel zu tun? Anna, wir haben alle Menschen verloren, die unserem Herzen nahe stehen. Ich habe immer mehr gehört, dass ich mich nicht mehr erzähle. Ich bin froh, dass ich mich nicht mehr erzähle. Das ist wiederkommen, Gatou. Es muss nicht schämen. Mein Vater ist ein Fragile. Was finden Sie für diesen jungen Franzosen? Was würde die Wahrheit bewirken? Noch mehr Schmerzen? Noch mehr Tränen? Warum? Warum sind Sie hier? Warum sind Sie hier? Untertitelung des ZDF, 2020